ja die jule zurück zu die jungs dort und so mit zwendig die hohe hälfte wo er verpiss ja ich will wie ich habe ich nicht da werden Wasser. Wenn du, wenn ich aufnehmen will und du nicht da wärst, bist du immer klar. Ich brauche ja keine 30 Tage vorher aufnehmen. Ich muss erst wieder einspielen, was ich gucken muss. Ha, er hat daneben geschossen, Ladyhaut. Ich hab's aber gemacht, dann... Oh, Mann. Rainer hat ein Problem mit mir, glaube ich. Zwei Heiler. Zwei Heiler, ist schon geil irgendwie. Du kannst Gegner stunnen und ich kann uns warten, die ganze Zeit. Du kannst mir Mana geben, das ist ja richtig. Das stimmt. Oh, shit. Oh, shit. Alter, wie viele noch. Ich kann's mir mit D immer wieder Mana geben. Ja, mit D. Ich kenne keinen besseren Heiler. Vorbot ist schon heftig. Für Kalimdor. Was vorboten? Ja. Hier unten? Das ist schon mad. Da kommen die schon wieder an, ey. Alter, spielen hier irgendwie das Team? Das ist ja heftig. Oh, der Frack. Nein, ich hab ihn gerettet. Weiter angreifen. Dieses Ding. Genau, ja. Ich warte ein bisschen, wie wir da Mana hab' ich. Aber das ist übrigens nicht Mana. Das ist scheiße. Ja, das ist so scheiße. Das heißt, bei Furion hast du irgendwie nie Mana. Aber du kannst zumindest mir immer wieder Mana geben. Das ist schon mein Anfang. Auf jeden Fall ficken wir ein bisschen. Jawoll! Yes! Ah, der übelst verkackte Typ. Ja, du hast ihn gestanden und dann haben wir ihn einfach zu viert getackt. Das ist auch mega wies. Yes! Und hier rettet die scheiße Putsche. Oh, ich muss mich verpissen. Oho. So. Ich kippe dich schon ab. Warte, wo ist er noch? Ah, Talent. Nicht gesehen. Einfach weg. Ehhh, was machen wir denn hier? Ich hab' die Held mit einem Schütz zu schützen. Oh, fuck! Ja. Warte jetzt hier. ich habe meine eigene dieses Land und ich sind eins der sollte mal weglaufen der Pilzer der ist doch recht lebensmüde das ist doch geil die tutsche habe ich schon verjagen wie die natur gebietet wenn du da drin stehst wir haben jetzt zwei heiler also von dem her ja warte warte wenn du totes du leid ich hätte ich gehen können mit aber schade schade wäre geil gewesen wenn ich ihn jetzt noch bekommen hätte mit mana oh shit aua ok lauf schau dir noch mal ein deal hin boah ich hab keine mana das ist echt schwul ja au alter was hat das ja aus seines ab geile ist meine schlange halt jetzt auch wenn sie irgendjemand schaden zu fügt heilt die milch und hier was haben wir hier die 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 das war jetzt nicht schlecht ja haste recht oh ja ja, heilunglack also während wir hier unten die Stellung halten, raipen unsere Verbündeten da unten alles weg, das hört sich doch gut an der Natur treffen aber irgendwie haben das ja noch keine Dingsy ja, das war halt sehr viel aufs Kampen, Achtung kommen wir hier nicht lange kommen die nächsten nice move zieh dich zurück, zieh dich zurück ach, das ist der Zwerg ich bin es nicht ja, ich hab's auch gerade gewerkt, ich hab auch aufgegeben, aber der Zwerg, der war wieder so ein bisschen YOLO ja genau, du, du hältst einfach immer unsere Gebäude wieder nach oben, ist auch geil ja, ich glaube jetzt kommt von oben, ne ja, ja, da ist er 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 5 4 5 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 8 8 9 9 8 Eiler Fähigkeit Diel ist krasse Gib mir mal Mana, wenn du kannst bitte Banner, ja Bist du da Dankeschön Erster Turm weg hier Das sollte mir eine Lektion erteilen Möge euch der Zorn der Natur treffen Ja, ich glaub wir geben mir den Jo, ja Wir waren aber auch verdammt gut am Anfang Wir haben einfach zu zweit gegen vier Leute gehalten Ich kann kein neues Gelege spinnen Für die Juwelen Immer wenn du Mana geben kannst Gib, ne? Ja oder? Vorrede Weil ich verbrauch verdammt viel Mana einfach So, wie du halt auch Vor allem ich kann die Tower tanken Dir als Highland, das ist so geil Ich hoffe, ich kann die tanken dir alter So eine gewisse Zeit più Ich seh' jetzt mal Jetzt hol die Gegner sich die Dinger, aber das ist ja YOLO, egal. Achtung, Hitze! Kann ich zurückziehen? Jo, der Heidel! Fisch! Jo, geh auf den Draunen, dein Fisch hilft dir jetzt beim Kampf und heilt dich wie ein Destin! Heil Fisch! Oh, von hinten! Okay, jetzt weg! Heil Fisch! Jo, der Fisch heilt dich! So, geil! So, was nehm ich denn? Die Dinger verlangsamen ist immer gut! Oh, unten läuft einer! Hier! Auf! Oh! Oh shit! Oh, das! Oh, wir haben hier reingekeilt! Echt nass hier! Weiß Runde! Ja, die Runde ist ja da unten heiß! Halt dich mal wieder am Leben hier! Seid gesegnet! Jo, bisschen selber! Warte, D... bist du da! Die Wildnis! Ich kann, warte, lass mich hier! Beide reichen ja auch! Ja, okay! Ey, ich hab zwei! Der will... die haben wir da oben! Helft mir der Mann! Dann wir runter! Dann, dann! Du! Echt! Und dann! Du! Dann! Dann, dann! Die ist das ganz gut! Dann! Dann! Das ist das Das ist das Oh Das ist ja auch Von oben kommen Oh 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 Pask Geil Ich halte dich Süß, geile Kompurieren 2 So, Lindy und Valfuri haben alles geile Kompur Ist so Rettet dich Oder Rettet dich selber Ja Ich kann mich Ich kann dich auch Aua Ja Es hat mich total schön gemacht Ist das denn so? Testo, Testo Ausgezeichnet Dieses Land und ich Ja Oh Das ist das Das ist das Das ist das An de Thoras eti Alter wie wir abgehen Jetzt müssen wir halt noch mal abgeben damit wir am besten noch mal die Spinnen kriegen Au Lau Lauf weg Ich bin grad dabei aber ich bin auch nicht Lauf weiter Oh fuck Ich bin das erste Mal gestorben in dem Spiel Ich bin das erste Mal gestorben in dem Spiel Passiert Ja wenns hier aufm Heiler geht ist halt Assi Vielleicht hab weniger Leben wie der Rest Ich hab aber nicht gesehen wie dein Leben ist weil hier alles getunnel war Ja ja Aber ich hab's nicht gesehen Aber jetzt bin ich richtig OP Weil jetzt borde ich jedes Mal zwei Wolkenschlangen gleichzeitig Die heilen die Leute und machen gleichzeitig Schaden und Greifen mehrere Ziele gleichzeitig an Die Wolkenschlangen sind richtig gut wenn du die hochlevelst Oh Weiter angreifen Oh 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 shit ich verstehe Oh shit ich verstehe Keine dir entgegen Fest und zerstört Die Wildnis ruft Die Wildnis ruft Komm lass mal die Mütte da Das war ja da blöd bisschen gefickte Ja die erste hier rechts rechts Möge nicht abfangen Die Mütte 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 Vor allem auch gegen die Versailles Weil ich das P auf einmal spawnen kann Weil die halt sechs Ziele gleichzeitig angreifen oder so Die Mütte Die Mütte Die Mütte Die Mütte Wir haben unsere Spider Ja damit kommen wir jetzt rein und rave Dann ist vorbei denke ich Ja denke ich auch Die Mütte Die Mütte Oh jetzt Standbild hier Die Mütte Die Mütte Die Mütte Die Mütte Ja bisschen alt aber Ja warum kannst du mich auch vor der Leide standen Aber jetzt geht alle uns zu speitern gleichzeitig auf das Mittelding Das übernehmen sie nicht Vor allem verrecken sie gerade alle dabei Naja und man darf auch in einer geilen Runde mal sterben Vor allem als Heiler Das heißt es eigentlich normal dass man stirbt wenn man die von drin Oh die da oben, die oben, die oben Hast du ja ne Festung gerabt? Oh ja und so spürt ihr uns da Der Festung gerabt So soll es geschickt Hast du nicht bald die da unten jetzt zu retten ne? Also bist du lebst du doch Lauf weiter Auf Ende los Der Blutrausch ist zu Ende Wir sollten diese Säldner rekrutieren Das leckt sie ja Das ist nicht mehr Doch jetzt schon wieder Cool Rilly unterwegs Los erobern wir ein Säldner Lager Oh warum lebt das jetzt zu hart Schöne mein Bruder Ok der Boss ist weg Ok Er löst sich automatisch in Luft auf wenn die Spinning kommen Ah Wir waren zu langsam Bräuchte ich Hilfe auf mit Weil hier bricht jetzt gleich der Krieg aus Der Prattor ist tot ich hab gegen geheilt So viel ich konnte aber er wollte nicht zurück gehen Meine Zeit ist noch nicht gekommen Die Wildnis Die Wildnis Die Wildnis Alter Die Wildnis Die Wildnis Die Wildnis Das ist die wilde Die Wildnis Der Koffer Die Wildnis Wir müssen den einfach gegenheilen. Oh, oh, die Komet auch. Alle tot, oder? Ja. Alle tot. Leid Silvanasig. Ja, aber die Komet sind auch... ...2 Stück gestorben. Geil. Nur? Oh Mann, das ist die blöd! Mann! Du da! Was? Oh Gott, wenn wir das jetzt noch verlieren! Ich witte doch! Okay, wir müssen jetzt... Wir müssen jetzt einfach mit Push durchziehen! Schnell! Wir müssen uns wieder dem Kampf anschließen! ... 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